Poly-Only-Poly transforms your day into a world of adventure. Poly-Only-Poly. Best day ever. Poly-Only-Poly. World of adventure. Best day ever. Just a poly. Das glaubt ihr mir nie. Lady Synchrony. Sie hat einen Live-Auftritt heute. Und wo soll das Konzert sein? Das könnte irgendwo auf der Welt sein. Es wäre sogar möglich, dass sie im Garten hinterm Haus auftritt. In ihrem letzten Block trug sie einen Hut, der aussah wie der... Einfüttung. Das war ein Hinweis. Wir müssen ganz schnell nach Paris. Chrissy. Lila. Hast du ihr Interview neulich gesehen? Da standen viele Palmen im Hintergrund. Das war eindeutig. Hawaii? Worauf warten wir noch? Ich glaube ihr... Poly tut mir leid, aber du weißt einfach nicht so viel über Lady Synchrony wie wir. Ich glaube, sie hat so etwas gesungen wie Sushi, Sushi, Sushi. Echte Superfans fliegen nach Japan. Hey, warte noch! Polly? Was? Ich kann dich nicht hören. Ich melde mich später vom Konzert. Hey, Chrissy! Polly. Angeblich weiß sie, wo das Konzert wirklich stattfindet. Hältst du das für möglich? Polly? Hier werden wir ein Video vom Konzert schicken. Und zwar aus Tokio. Aloha, Polly. Keine Zeit zum chatten. Ach ja, Aloha heißt auch bis bald. Also, Aloha! Hallo? Hallo? Aufgelegt. Ich bin total enttäuscht! Kein Konzert! Hier läuft nichts. Hier gibt's nur etwas glühende Holzkohle und... Hey! Auf mich wolltet ihr nicht hören. Dann hört wenigstens das hier. Lady Synchrony! Lady Synchrony ist fantastisch! Sushi, Sushi, Sushi! Ja!